einen wunderschönen guten tag und wir beginnen heute mit der karte verbundenheit ich fühle mich verbunden mit allem was ist und das ist schon mal sehr sehr wichtig denn wie auch die engel den es übrigens ab nächste woche dienstag bei uns im shop erhältlich gibt start der neuen wundervollen kollektion also auf jeden fall mal reinschauen ab dem 12 10 ja man sieht hier wie die engel dir aufzeigen in der verbundenheit wie du eigentlich mit dem ganzen universum verbunden bist wir haben hier die thematik deines inneren kindes das derzeit sehr aktiv ist dieses dieser drang nach gesehen werden dieser drang nach dass du keinen ausweg mehr siehst und das alles was mit deinem herzen zu tun hat liebe freundschaft familie immer sehr im zweifel geht in den zweifel geht und du daher nicht die verbundenheit gespürt hast in letzter zeit ja sondern du hast hier wieso wie so ein fußabträder gefühlt aber die engel zeigen dir eben heute auf dass die verbundenheit da ist zu allem vor allem auch zu deinem inneren kind und hier wird es wahrscheinlich noch interessant nachher du hast die fähigkeit und kraft wende all deine fähigkeiten an um die situation zu lösen du schaffst es relativ simpel relativ locker da und flockig daher gesagt es ist schon so dass du in der tat für dich einstehen muss es ist jetzt nichts was du in letzter zeit nicht getan hast aber was die liebe betrifft hast du dich gerne mal hinten angestellt und die stärke ein bisschen walten lassen weil du angst vor entscheidungen hat das vom gegenüber das hatte ich jetzt natürlich so in diesen zwiespalt gebracht mit dem inneren kind aber wenn auch jetzt die klarsicht da ist für dich also diese zukunftsvision wenn die auch jetzt wirklich brodelt und dann wirst du erkennen okay ich habe jetzt die chance was zu verändern und dann gehe ich diesen weg auch und dieser weg kann wehtun er kann warum wehtun weil du natürlich grenzen setzen musst du musst jetzt natürlich die ernte erbringen du wirst jetzt auch säen was du wirst jetzt ernten was du gesäht hast so rum das heißt man wird dich sehr viel spiegeln heute aber diese spiegelung hilft dir persönlich weiter um zu sehen wo muss ich stärker meinen fokus hinlegen und welche handlung ist nötig du wirst hier sehen in der situation löst sich das ganz von alleine und du wirst dann daher heute sogar postwenden noch positive nachricht darauf bekommen und das ist eine befreiung ich steige bewusst aus jeglichem drama aus und das größte drama weil wir uns das immer gerne selber machen ist eben die liebe und wahrscheinlich hast du derzeit entweder einen sehr sehr langen rückzug schon hinter dir den du mitmachst oder du bist so eine art spielball geworden mit dem man immer macht was man will und man wird abgeholt wenn man will und man das wird sich gemeldet wann man möchte so aber ab jetzt nimmst du die zügel in die hand und das liegt ganz stark daran dass du nicht mehr alleine stehst du hast dich jetzt hier dafür entschieden dass du deinen weg in den der emotionalen heilung nicht mehr alleine gehst sondern dir jemand an deine seite holst kann coach sein so wie ich es bin kann aber auch jemand aus dem freundeskreis sein und da kommt die stärke wieder zurück ins spiel und wenn die stärke zurück ins spiel kommt dann ist die liebe kein spiel mehr sondern du kannst wirklich für dich beginnen einzustehen und du steigst jetzt aus dem drama aus das heißt auch hier setzt du noch mal grenzen die grenzen sind nämlich wichtig weil du in der vergangenheit einfach niemals klar deine emotionen gezeigt hast weil du nicht verletzt oder verlassen werden wollte neues heim umzug ist ein schritt in die richtige richtung für dich und das muss gar nicht du sein sondern diese situation zeigt dir entweder wechselt der arbeitgeber oder der partner wechselt derzeit sein quartier oder die arbeit es hat auf jeden fall etwas mit umzug zu tun und das durchfließt dein ganzes energiefeld heute ist durch fließt deine zukunftsvision deine tatkraft deine stärke dein inneres kind hat auch sehr viel mit umzug zu tun weil entweder wurde viel umgezogen oder es war keine beständigkeit in der kindheit da der umzug bringt auch eine entscheidung und das ist natürlich sehr sehr positiv weil der zweifel hier durch liebe aufgelöst wird heute und dir eben diese positive starke nachricht gibt ja und das ist auch hier wenn man das so deuten darf so wie ich es eben jetzt auch tue wechselt etwas von affäre in wahre liebe und das ist sehr sehr schön und der grund dafür ist auch noch hier die geborgenheit ich fühle mich geborgen im schoße des allumfassenden seins und die geborgenheit ja diese energie sich geborgen fühlen ist ja eigentlich das was das innere kind möchte und was du auch in einer beziehung willst geborgenheit respekt und wertschätzung denn das ist der schlüssel zur liebe deines lebens